Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Gestern sind wir ja schon die Spieler durchgegangen, die eben durch Mike Büsken zu den großen Gewinnern zählen, wie Rodrigo Salazar, Malik Chao, Marius Lode oder auch Dominik Drexler. Doch für vier andere Spiele läuft es dagegen seit dem Aus von Dimitros Gramozis ja nicht wirklich besser oder vielleicht sogar schlechter als vorher. Und die Bild nennt vier Büskens Verlierer, die wir mal gemeinsam durchgehen. Der erste ist Ralf Fährmann. Mit Gramozis musste ja auch Torwarttrainer Will Kort gehen, der auch durchaus mit dafür verantwortlich ist, dass eben Martin Freisel die Nummer 1 wurde. Und Ralf Fährmann hoffte wohl auf eine Rückkehr in den Schalker Kasten. Sein Freund wie auch Ex-Torwarttrainer Simon Henssler wurde ja Korts Nachfolger. Doch Büskens setzt weiterhin auf Martin Freisel und ich denke mal, das ist auch vollkommen zu Recht. Ich bin mir immer sicher, Ralf Fährmann ist für sich selber kein Büskens Verlierer, weil er glaube ich auch ganz gut selber wusste, dass ein Torwartwechsel durchaus unwahrscheinlich ist. Ein weiterer Verlierer ist Reinhold Ramftl. In Ingolstadt wurde er ja von Beginn an gebracht, was durchaus so überraschend war. Da dachte man erst, okay, unter Büskens kriegt er vielleicht nochmal die Kurve. Wurde aber auch relativ zeitnah, dann nach 52 Minuten schon wieder ausgewechselt. Gegen Hannover fehlte er dann mit Corona, obwohl er eigentlich hätte spielen können. Doppelt bitter für ihn. Sein Ersatz, Marius Lode, spielte zum einen stark auf, defensiv für offensiv und nach der Länderspielpause könnten auch Aydin und Wintheim zurück sein. Danny Latza zählt auch als Verlierer laut der BILD, denn der Kapitän wünschte sich ja wohl mit am meisten einen Trainerwechsel. Ärgerlich deswegen auch für ihn, dass er beide Spiele mit Corona fehlte und auf seiner 8. Position Dominik Drexler wie auch Rodrigo Salazar sich für den Moment auf jeden Fall festgespielt haben. Aber auch da Verlierer zu sagen, ist halt echt, ja, ist halt schwierig, ob man wirklich Danny Latza dazuzählen kann, weil man einfach da sagen muss, dass er einmal wieder extrem viel Pech mit ausfällen hat. Ein weiterer Verlierer ist Marvin Piringer. Der Stürmer ging ja durchaus überraschend als Stammkraft in das aktuelle Jahr rein, spielte sogar siebenmal von Beginn, doch dann vertraute auch schon Gramozis vor einem guten Monat wieder auf das Duo Terod und Bülter und auch unter Büsgens bleibt Piringer bis hierhin erst einmal nur Joker. Aber auch das ist sicherlich eine Debatte, die man die nächsten Wochen weiterhin führen wird. Kriegt Piringer vielleicht noch mal eine Startelf-Chance, bin ich auch dadurch, dass Bülter gegen Hannover zwar sehr, sehr viel geackert hat, aber auch nicht wirklich viel mehr. Trotzdem glaube ich, auch da wird Mike Büsgens erst einmal auf Kontinuität setzen und noch nicht wieder wirklich wild durchwechseln. Und somit kann man vielleicht die vier Spiele als Büsgens-Verlierer sehen. Aber natürlich sind da noch einige Spiele zu gehen und es sind eben auch erst zwei Spiele gewesen, bei denen Mike Büsgens das Sagen hat. Eure Meinung dazu? Gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!